Bum, 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 bum Darf ich die haben? Ja, ich mag sie haben Nice Kann nicht einfach rumschießen Es ist einfach zum Kotzen Ich hab hier noch Die Stars, Ananas Hab ich noch Äh, die Stars, Ananas Ja, nehm ich sogar Ey, ey Hab dich gescannt Easy Oh, neee Digga Jetzt kann ich keine Waffen mehr herstellen Jetzt kann ich nur die 77er Scheiße herstellen Dank dir Oh, ne Ok, Digga Da muss ich Diese Scheiße noch trocken Mhm So So Das kannst du alles so aufheben Also die Vorken Thresher Und die andere Dings ist Oh, shish Oh, gee Darf ich jetzt meine Totengräber? Die sind weggepackt, oder? Eben grad Die sind weggepackt, oder? Die sind weggepackt, oder? Ja, die sind weggepackt Gib mir noch 100 Aktive Du bekommst noch eine Gib mir noch 100 Aktive Die sind ja noch nicht mehr Full Du fürcht, du hast gesagt Komplett Full Du Hast du wohl? Ich hab Aufnahme an Küchrank Ich hab Aufnahme Ey, Digga Gib mir noch 100 Dinge Du kriegst eine Full Full, okay? Gib mir noch 100 Aktive Ganz Full Komplett Full Ja, ganz Full Full Du Aber nur weil du mir die scheiß Webseite gezeigt hast Bekommst du jetzt abzu- Du Du Was ist das? Is ich noch Full? Kühlschrank Ja Du Scamer Was für Scamer, Digga Ich hab jetzt wieder Achso, ähm Ja Ja Und die 9511 Ich schmecken Du Scammer Was für Scammer, Digga Ich bin doch kein Scammer Eww Das 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 Die Videoaufnahme Check ich jetzt Buddy Okay, sieh das Buddy Bitte, bitte Ja Mach ich Nein 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 Nein, ich weiß Ich sag das nicht Weil du korrekt bist Ich sag das nicht Ich sag das nicht Ich sag das nicht Weil du korrekt bist Ich hasse dich Weißt du was schonmal ein Fehler von mir war? Was? Ich hab schonmal blind traden mit jemandem gemacht, ne? Im Livestream Im Livestream Mit Mit Er Und er guckt zu meinem Livestream Ich denk mir sowieso Trifft er nur das gute Zeug Und auf einmal Ich 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 Triff Ich Triff Seine Ruheärztin Was weiß ich alles Ey Gib mal 46 F Ich Hab keine Du hast alle 46 F Du kannst die wiederverwerten Dann hast du Ein paar. Ich habe 58, Digga. Pssst. Nicht die Fis aufheben. Mach ich, ne? Doch, mach ich. Habe ich eh gemacht. Das war mein größter Fehler überhaupt. Ich war nach dem Blind-Training einfach komplett arm. Gib mal ein bisschen Quarz, Digga. Ich hab kein Quarz. So, um die 200. Ich hab kein Quarz. Ich hab kein Quarz. Ich hab kein Quarz. Ich hab kein Quarz. Hab ich nicht. Danke für den unfassbar geilen Trade, ne? Ich meld mich dann wieder, wenn ich nochmal Mod und Buffer hab. Ich hasse das. Du hast gesagt, Fool! Ich hab Finger verkreuz. Zählt nicht. Ja, das zählt. Und ich hab ganz leise Kappa gesehen. Also richtig. Kühlschrank, ich guck die Aufnahme an. Und wenn da kein Kappa drin ist. Digga, das hast du safe-lich gehört, Digga. Ich hab's so gesagt. Also richtig. Trotzdem. Also richtig so. Nee, ich lad das jetzt. Ich lad das jetzt. Ich lad das jetzt. Hoffentlich auf YouTube. Äh, hoffentlich. 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 Digga, bitte nicht, Digga. Müllichfalls Scammer, Digga. Ich scam aber nicht, Digga. Ich zieh mir Leute ab ab. Scam mich. Abziehen. Abziehen. Aber wenn die Waffe nicht. Wenn ich die Kippe abbauche. Dann fällt alles runter. Kühlschrank. Nein. Aus. Aus. Nö. Lass das so, ich mach eh nichts. Okay. Verzau dir. Einmal im Leben. Weit trau ich dir. Geschrank. Herzinfarkt. Du willst mich so? Ich bekomm hier gleich Herzinfarkt. Oder so? Ich kann die Sachen ja noch nicht mehr aufheben, Sanna. Ja, ich samm die auch. Die Elfis und so. Doch. Jetzt hab ich ja immer einen Tagplatz wegen dir. Kann man die auch in der Luft bauen? Nein, bist du. Also von da könnte ich jetzt alles in der Luft bauen. Nein, du baust nix ab. Danke. Oh fuck. Scheiße. Danke. Danke. Für zwei Müllwaffen. Die noch nicht verfolgen sind. Drei Müllwaffen. Ja. Ja. Die. Ja. Die kommt ja noch nicht an. Nicht annärzt mich. Jaaaa. Ich hab jetzt nur noch ein Waffe gemacht. Das ist ne Pulver Show. Was gibst du dafür? Ist die moddelt? Ja, die ist moddelt. was hat die erst mal sagen oder er gesagt vom weg und von wen hast von wen hast du die von wen hast von von krafta selber okay ich kenne ich kenne ich sag ich muss ich spende mir und ich habe ich habe auch ein krafta und der kampf hat model waffen ich glaube die waffe habe ich selbst und ohne element ohne element mal lass mich raten warte ich vertraue gar nicht mehr ein bisschen ein bisschen ist relativ haha sag mal die geschichte und wie ziehst du die ab ich muss vom meistern er ich stimme die ganze zeit auf ich bin jeden fällt auf auch wenn ich jetzt mit rdw selbst persönlich klären würde hätte ich auch video aufgenommen oder so oder mit nico hätte ich auch oder die nico sagen würde es gerne wurde gescannt die war 30 stein die 31 ja okay also was willst du jetzt für das schwer tragen filmhacker ohne element das ist wirklich cool und weil dies war ich schwör bei mein gott ich schwör bei gott ja okay ... und wie willst du vrijker dafür wie viel vrijker hast du dir ... day k also 3,8 ... ... 1 bis ... wievier willst du dir... gibst du mir 2k ... Nein. Ganz sicher nicht. Das ist selten, Digga. Das habe ich nicht mal in meiner ganzen RDW-Karriere gehabt, Alter. Aber du hast es jetzt. Ja, ich habe es jetzt, weil ich es nicht gewusst habe. Ja, du hättest es auch schon viel früher, wenn du es gewusst hättest. Du hast deine Kontakte, ich weiß das. Digga, meine Kontakte sind nur Neko und Bodys und Nanu und noch ein paar. Okay. Also, 1,8K für dich. 1,8K für... Nee. Hast du noch irgendeine... Nee. Nee. Oder wie viel Aktive müsste ich dafür geben? Ja, 2,8K für Aktive... Aktive ist aber mehr wert. Was? Nee, 2K. Was? 1 zu 1 zu Breitkopf. Ja, ja, ist 1 zu 1 zu Breitkopf. Ganz, ganz sicher. Ganz sicher, Digga. Hast du mal auf Fortnite Elite? Guck, die Tradingpreise. Die vergleichen Amis und Deutsche und Chinesen und Asiaten, Digga. Ja. Jetzt musste ich mir wieder Sachen um uns geben. Ehre. Oh, die nicht? Oh, bauen. Freundschaft bauen. Wie Trainerpost sagen würde. Oh, das ist drei. Ja, was für Trainerpost. Weg mit denen. Oh, es tut nur weh, Digga. Oh, wenn ich die habe, Digga, komm. Darf ich die haben? Nein. Danke. Ehrenlos. Einfach ehrenlos, Digga. Das kann man gescannt. Du hast Aktive bekommen, Digga. Eeeh! Ich hab dir vorhin 100 für eine Scheiße gegeben, für ne Modded Waffe, jetzt hab ich die wieder. Nee, das ist 97. Ja, aber trotzdem. Ist noch ne Modded Waffe? Ich hab noch ne Pulver Schuss. Achso. Wie? Achso, stimmt. Hätte ich auch was. Ey, ich schwör, wenn die nicht full ist. Oh mein Gott, hatte noch mal Glück gehabt. Digga, ich hab nur full in Modded Waffen. Die hab ich immer mal. Da wohl irgendwie möchte ich... Außer heute, Digga. Heute hab ich nur... Heute hab ich nur... Heute hab ich alle... Äh, äh, genommen. Da guck ich mir einfach... Da guck ich mir einfach die Totengriffe an, ähm... Feuer, Feuer an. Die ist gefühlt... Bruder, da ist... Guck dir die mal selbst an. Die du mir gegeben hast. Die haltbarkeit. Und so gefühlt 20 Unterschied. Ja. Und dafür hab ich dir... Keine Ahnung wieviel bezahlt. Äh, 400 F ist es. Nein. Dafür hab ich nicht 3,2 K gegeben. Und die anderen 5 K für die, äh, anderen. Für der anderen. Ja, die sind selten. Was für selten, Junge. Ich hab die Feuerfeuer schon paar Mal. Selbst auf Pool. Ja, ich weiß. Aber die ist selten. Also wirklich selten. Pulverschuss auf Feuer. Das muss ich dafür geben. Die ist aufmodet. Die ist aber nur auf... 367,2 von 365. Okay, zumindest mal ehrlich. Wie viel... Wie viel... hast du noch? Ich würd doch für 1000 holen. 1000? Ja, 1000. Ja, 1000 geht. Geht noch. Du machst grad absolut. Ah, ja. Da bekomm ich ja wieder paar Sachen, ne? Ehe. 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 Lobby-Bakon. Was für Lobby-Bakon, Digga. Der geht nicht mal mit Zerbuben. Ist mir egal. Aber mit, äh, Bodengefrierer. Auch nicht. Ehrlich? Bodengriller? Auch nicht. Du Hund. Sag mir das dir jetzt. Gib mir 20k Saun, Digga. Ich sag's dir. Ja. Auf Anhieb, Digga. Du hast für... Im Livestream noch für uns... Scam, Digga. Ich hab dich so easy ge-scam, Digga. Ich hab die ganze Zeit dich abgezogen. Hehehe. Naja, ein bi... Ein bisschen hast du wirklich. Digga, nicht mal. Ein bisschen viel. Ein bisschen viel über... Nee, warum brauch ich selber, Digga. Nein, ich hab den Feuerbaron hergegeben. Ich hab den irgendwann mal gedroppt. Ich hab den irgendwann mal gedroppt. Ich hab den irgendwann mal gedroppt. Ist das nicht eine normale Waffe auf Feuer? Nee. Digga, ein Pulverschuss. Die ist generell selten. Und die auch noch auf Feuer. Digga. Tsch. Tsch. Okay, zumindest hast du mal mit der Halbarkeit ehrlich. Ja. Einmal in ein Leben, Junge. Die ist full, die ist full 3K, äh, Sonnenwert. Ja, Digga. Und 3K, Digga. Und 3K, Digga. Weil es ist der eine. Gerade 1 zu 1, ne? Perfekt. Erstmal, ich... Ich weiß sowieso ich dir die Sachen gegeben hab. Obwohl da... Ja, ich weiß es auch nicht, Digga. Aber... Weißt du wieso? Darf ich wieder meine... Darf ich wieder meine 400, ähm, Tabletten mit zurück? Okay, hast du mir geschenkt? Die hab ich dir nicht geschenkt. Da hast du mir gegeben. Dann gib mir wenigstens einen Baum des Lichtes und, äh, ein... Und die 144er Spektral vergehen. 144er Baum des Lichtes und die 144er... Ne, gib mir fallen. Nö. 400. Ja, leider. Hab dich abgezogen. Hier, los. Ich hab's auch genommen. Ich auch, Junge. Also, sei mal ruhig hier. Du Hund, ich mach's für dich. Dann gib mir eine gute Sache. Der ist immer noch nicht cool. Ist der nicht cool? Ne, ist es nicht. Ja, fechtiger. Ja, fechtiger. Gadi. Ich lad's aber jetzt auf YouTube hoch. Äh, bist du Energie-Termoni, Digga? Ich hab davon noch... Darf ich jetzt auf YouTube hochladen? Die Aufnahme? Wieso? Weil... Ne, und das wär witzig. Nein, das wär nicht witzig, Digga. Doch, das ist witzig, wie du mich abziehst. Ich scher, ich feier das irgendwie. Nein, färdest du immer fair? Ja, immer. Außer so zwei kleine Kiddy, Digga. Bin ich für dich kein kleines Kiddy? Nee. Wie alt schärzt du mich? Ja, so 12, 13, so. Ja, 13. So ein 12-jähriger Junge wirst du schon sein, ey. Digga, gib mir... Ja, was soll ich dir geben? 4.000 Sonnen umsonst? Hab ich gehört. Nee, 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 nee. Gib mir so ein paar aktive, Digga. Weil... Hier liegen... Für was? Drei, sechs, neun... K... Energi-Money. Und 6 K leichte Patronen. Und... ...und... 3,6. Und ich kann auch alle so gut aufnehmen. Ja, der muss man sagen. Ich darf nicht nur modelt machen. Sie können noch zu halten. Ah, ich... Ah, ich... Ich brauche bei Schuss, ne? Ich weiß, dass du für Schuss brauchst, bist du so niedrig, Kappa. Bis 66, oder? Nein. Nein. Und da... eigentlich 113 hat man... ...wiederleben und ein paar wiederverwertete... Oh, ey. Und dann bin ich, äh... Jetzt 93. Warum hast du dich... ...wiederverwertet? Keine Ahnung. Braucht du reiner Regentropfen? Für... ...und weiße nicht mehr. Überlebende kann man nicht, äh... ...Regentropfen rausbekommen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Klar geht das. Nein, ich... Ich bekomme... ...mein Überlebenden, keinen... ...Regentropfen raus. Dann sitzt es einfach nur... ...und dumme Überleben, der die du hast. Digga, das war früher oder so. Und Digga, gib mir jetzt was für die 9K-Energie-Zellenmonie. Oder ich mach einfach so. Schau mal her. Und dann tut es meine. Äh... Ich hätte die auch geschenkt, aber... ...oder... Gib mir, gib mir, äh... ...200 aktive... Für... Ne, 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 ne. Lass mal die gar... Tschüss, die... ...die aktive Energie-Zellen schon mehr werden, aber... Ja, dann kannst du wieder deine... ...palaber haben. 1,5K-Wanns meine. Das heißt ich. Hier 3... ...wann wie viel... ...nummern... ...auf... ...steck die rein, Digga, ich... ...ich... 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 ...sie... ...ihre... ...genau... ...zu... ...ihre... ...genau... ...genau... ...vorhaut... ...genau... ...genau... ...leben... ...genau... ...genau... Wieso darf ich das nicht auf YouTube hochladen, dass du ein Scammer bist? Digga, warum bin ich Scammer mit der App? Cool Schrank scammt mich! Cool Schrank scammt mich! Cool Schrank! Du bist Cool Schrank! Nicht Kühlschrank, sondern Cool Schrank! Digga, Latsch! Digga! Oh mein Gott! Cool Schrank äh... ...scammt mich! Ne... ...Kühl Schrank! Cool Schrank! Ich heiß Cool Schrank, du Schwanzkind! Du bist... ...bist du auch cool? Cool. Hu Na Sousia. Was? Tschuüüss Digga wie? Wuh... Wuhh... Wuhh! Wuhh... Wuhh... ...wuhhứ... Ich nja bin! Digga, ich häng bisschen in Lager drinn Digga! Digga, alles ist aufgezählig galera... ...aufgezählig! Na ovih... ...gumma roundöh... Ey Digga! Tzusch, ich es war schon, du kannst es auch gut machen! Schönen Tag noch, Schöne Feiertage. Schöne Feiertage noch, ich wünsche noch. Schönen Abend. Schöne Silvester, Rutsch. Hau rein, ich bin jetzt raus. Na guck das Video. Wie heißt du auf, auf Dingels? Wie heißt du auf Youtube? Genauso, genauso wie Discord. What a Gamer. So musst du mal. Digga, ich bin jetzt in mein fucking Shootportal rein, Digga. Perfekt. Ich will von dem Scheiß nix mehr. Aber ich mach meistens nur Live-Films. Ähm. What a Gamer. Ich mach einfach nur Abo-Traden im Moment. Früher hab ich mal... Geht. Geht cool. Ja, da bist du grad reingetäunt. Circa. Okay. Dann... Ich hab dich abonniert. Kannst du mir Mod... Kannst du mir Mod geben? Auf Ehre? Ehre? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht? Wenn du irgendwann mal im Livestream-Akt einmal bist, dann ja. Irgendwann. Okay. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, Digga. Auch rein. Ciao, ciao. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ebenfalls. Ciao. Tschau. Leute, auf jeden Fall. Spaß. Äh. Ja. Machen wir mal. Scheiße. Was hab ich jetzt alles neu bekommen? Egal. Irgend so ein Schrott. Auf jeden Fall. Meine ganzen Aktiven... Äh. Meine ganzen Aktiven... Äh. Meine ganzen Evis außer 12. Sind weg. Äh. Schon mal... Ein krasses Inventarkapper. Ähm. Ja. Also... Ja. Ich hab keine Ahnung. Die könnt ihr gewinnen. Umsonst. Wie ist das? Ananas. Ja. Ein Kühlschrank. Ne. Kühlschrank. Kühlschrank. Ist so ein richtiger Kühlschrank. Kann man auch... Wie... Kann meine Butter da aus... Aus... Gewahren. Oder wie die scheiße heißt. Also dann... Ihr könnt... Paar Nox gewinnen. Hab ich für ein Abonnent geschenkt bekommen. Alle Nox. Schreibt einfach nur in die Kommentare. Ähm. Euren Epic-Namen. Und dann die Stars Ananas. Dann... Ciao.